Ich weiß nicht, ob ihr heute eine gute Zeit habt, denn ihr müsst auf www.fae.lu.tv gucken, um die Radio aufzumachen. Die neue RTL-Emissionen Viva la Vida, auch zusammen mit der Digitale Faragrikoll. Und einer von ihren Partnern, Netweid Westfuen, Haim Rausch, du hast ja auch eine schöne Boutique im ganzen Elen vom Land, vom Verband. Der Verband hat ein ganz spektakulärer Kado geöffnet. Und ja, du nimm mal den der Morgen verspielte und du bin mal so 20 für 12 für dein Damm hart geschaut im Radio. Und nimm mal der gesagt, komm, komm d'r op an de Studio von der Tölle. Sie wär schon froh, dass sie der Morgen im Radio wär. Wo kennt sie an der Tölle. Marijan Leider von Niederkur. Marijan, guten Mittag. Zehlt mal nach ein Kier. Die wollen am Anfang mal gut nicht matt machen im Radio. Telefon sind, da weiss ich nicht mehr. Wenn ich da sitzen und ich mache so matt, dann weiss ich nicht alles. Einfach ein grosser Teil. Aber wenn ich bis zum Telefon sind, da geht es gut nicht mehr. So geht es mir auch, wenn ich da ja auch gucke, in so einem Zimmer. Hallo. Dann weiss der Alcantin und dann nur wann sie selber, was weiss nicht mehr, wie du mal gehst. Die hat dir sehr super gemerkt. Merci. Und die geht belohnt von Roger Kolber. Roger, guten Mittag. Ja, scheine guten Mittag. Der Verband hat richtig an den Tisch gegrafen für unsere Gewinner zu belohnen. Matvaert. Mit dem wunderbaren Automover, den 315X, den über GPS gesteuert, den 1600 Quadratmeter kann meilen. Voilà, ich gratuliere an der Madame ganz herzlich. Ich möchte es merci. Und da wird sicher sein, dass es da viel Spaß mit dem Maschine hat. Selbstverständlich, aber mit dem Montage auch. Als Junge kommen lanche, da montieren die Maschinen, dass sie so auch wunderbar dann nur funktionierter lebt. Du musst es dann zurückseit gehen, oder wie geht das? Ne, das funktioniert am Anfang halt so, dass Kabler rundherum den Terrain gelöscht gehen. Und dann gibt es viel für das, dass die Maschine dann nur zurück bei seiner Station findet. Und wenn das Ding bis zum Straplan gelaufen ist, dann sagt er nicht vom Selben. Du wirst viel, viel, viel mehr flott. Brauche ich keine Dünger mehr. Brauche ich nie mehr, was fortzuführen. Was die grössten Avantage ist. Am grossen Ganzen kann ich eigentlich keinen, den Maschinen hat, den nicht zufrieden. Aber das, ich selber, und ich habe schon viele Maschinen gekauft, aber das war ein von den Gescheitsten, die ich gekauft habe. 2.800 Euro. Hast du noch ein bisschen Geld für dein Wurst zu meinen, mit der Basta raus? Ja, das ist richtig. 2.800 Euro. Hast du Geld? Ja, klar. Wenn ich aber noch gucke, eine Mähmaschine, ein bisschen eine gute Mähmaschine. Okay, ich kriege den noch Mähmaschinen von Männer mit der Titan. Wie gesagt, du hörst ihnen das nicht mehr, dass er den Wurst fortfeiern muss. Es kann ihnen sich auf dem Terrass setzen, eine Patsche Wein trinken, wo man auch gerade dafür geschwärt hat, und einfach dem Roboter nachgucken, was hier ein Tabischt möchte. Und das ist kein Liederlöschen, ne? Das ist kein Liederlöschen. 4.800 Euro. Richtig. 4.800 Euro maximal 40 Prozent. Mehr ist das dann. Das funktioniert einwandfrei. Du hattest mir keine Zeit, Marijan, für zu rechnen, wie viel Wurst das da hat, wie viel Hüder ist. Da geht es rüber, was musst du schaffen? Nein, ich habe schon nicht so viel Wurst, weil ich habe schon ein grosses Terrass an der Nive, und ich habe schon ein kleines Stück Wurst, aber es ist schon ein grosses Ding, wo meine Schildkröten leben. Schildkröten? Ja, wir haben drei Landschildkröten, und die haben wir da dann begonnen. Gefällt es doch die Menge, die wir kriegen, wenn ihr hier in Haiebemel könnt? Nein, wir wissen das schon ein bisschen aufzudehnen. Wir wissen das ein bisschen erklären, das wird so geschieht. Felicitation auf alle Fälle, ganz kollegisch an der Regie, Klappe, Mathi Reis, Felicitation. Danke. Den 3. Juli, der wird hier an der Geschichtstag gehen. Digital für Agrikol. Der wird im Radio, der wird auf der Tele auch noch den Preis gewonnen. Ja, das ist so ein bisschen, vielmals merci. Ganz gerne geschieht. Roger spielt dort Gentleman, da setzen wir die Madame, die dort an der Auto, nicht so selber muss schlafen. Selbstverständlich drohen wir noch mal an der Auto. Das ist Herr Wissstein, also Weim-Farband-Mattern. Merci vielmals. The-Farband.com Das ist die gute Adresse, für die Mäge-Wur-Gitter-Reis.